Ich will presentarte in Alemán für den Examen A1. Primero me presento yo y luego te presentas tú. Mein Name ist Dina. Mein Name ist Dina. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Freiburg. Ich wohne in Freiburg. Ich spreche Deutsch, Spanisch, Englisch und ein bisschen Französisch. Ich spreche Deutsch, Spanisch, Englisch und ein bisschen Französisch. Meine Hobbys sind Tanzen und Lesen. Meine Handynummer ist 0051-975-4190. Meine Handynummer ist 0051-975-4190. Ahora te toca a ti. Pien la frase conmigo y completa con tus propios datos. Mein Name ist... Ich komme aus... Ich wohne in... Ich spreche... Und ein bisschen... Meine Hobbys sind... Und... Meine Handynummer ist... Ich bin... Vielen Dank.